Scheiße, wie baue ich das jetzt? Oh, jetzt kommt Smackdown. Echt? Wo? Äh, ProSieben Max. Ja, okay, habe ich nicht. Fuck, ey, wie baue ich das? Yeah, jetzt finde ich Kohle. Jetzt, wo ich mir Holzkohle gemacht habe. Ach ja, Janis, es ist stark. Ja, das bringt mir jetzt nichts. Ich suche jetzt Diamanten. Alter, wie viel Kohle ist hier jetzt plötzlich? Jetzt finde ich ein riesiges Kohleflöts. Kohleflöts. Nein, das heißt wirklich Kohleflöts. Nein, das heißt nicht Kohleflöts. Flöts, habe ich gesagt. Kohleflöts. 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 Oh mein Gott, ey. Man merkt, dass es spät wird. Ja. Warte, ich muss gucken, wie viel Speicher ich noch habe. Ah ja. Ich glaube, ich muss die Folge mal rendern, damit ich wieder Platz habe für die nächste Season-Aufnahme. Jawohl, ich bin jetzt auch schon Level 10. Oh, meine Ohren. Weil ich mache doch gar nichts. Doch, du sprichst es so komisch aus. Und ich bin hier bei 4289. Und strip mine. Ja, aber... Ich bin einfach sinnlosig. Ihr findet mich nie, nie. Also ich gehe jetzt raus aus den Kackaufen hier. Ja, geil. Ich finde Lapislazuli schön. Okay, finde ich auch. Ja, für XP ist das echt gut. Und Redstone finde ich einen Haufen. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt bald... Ganz ehrlich? Ganz ehrlich? Oh, ich höre ein Skelett. Oh je. So, jetzt gehe ich hier wieder... Oh, hier ist noch Redstone. Ja, aber warte hier. Gehst du jetzt ganz ehrlich nach draußen? Ja, wenn ich jetzt Dschungel finde, dann komme ich zurück. Wenn nicht, dann kill ich mich. Und dann muss ich den ganzen Weg nicht mehr zurücklaufen. Okay. Welcher Level hast du? Ich könnte wetten, wenn ich in die andere Richtung gegangen wäre, wäre ich direkt auf... Wäre ich mit dir auf... Dschungel gestoßen. Prost. Warum ist Jonas gemutet? Alter, ich habe nur noch zwei Plätze frei in meinem Inventar. Jonas, falls deine... Ach nee, warte, es ist ja 11. Oh, ich glaube, Jonas muss ausmachen. Fuck. Wolle weg, Feder weg. Ich brauche das alles nicht. Erde weg. Brauche ich alles nicht, Alter. Jonas, sag... Falls du mich hörst, sag deine Mutter, äh... 20 Minuten noch. Nee, Viertelstunde. Viertelstunde. Sagst es deiner Mutter. Wir machen trotzdem weiter. Wenn wir ernst jetzt. Ja, warum nicht? Ja, okay. Ich doch erst 11. Jetzt, wo ich Zeit habe... Ja, wenn Trissi noch Zeit hat. Die hat Zeit, Welt. Die hat Zeit. Die hat Zeit zu haben. Ach, der Jan, das kannst du mal mit dem... Aufhören. Na, sicher. Ja, okay, das geht ja. Das ist ja kein Z. Alter, Schlucht. Ich sehe da aber keine Diamanten. Da gehe ich jetzt auch nicht rein. Alter, bei uns ist ein Uhu. Was? Bei uns ist ein Uhu. Ich habe gerade ein Uhu draußen gehört. Also ein Uhu, weil... Nein, ich konnte so ein verfickter Fichtenwald. Ich finde alles außer Dschungel. Das ist ne Mal. Boah, ein Kühe sind hier auch ein Haufen, aber ich habe keinen Bock, die zu schlachten. Ah, hier ist ein Berg. Den kletter ich mal hoch. Oh Gott, sieht der Scheiße aus. Oh Gott, der Eingangsbereich. Oh Gott, sieht der Scheiße aus. Ach, du Scheiße. Oh, Kacke. Tut mir leid, Betty, aber... So, ich muss jetzt mal mein... Hier, mein... Wer hat denn die ganze Zäune weg? Hallo. Ich muss jetzt mal 16 Chunks machen, dass ich hier mal was sehe. Musst doch noch nicht auf. Nö. Hast doch noch geredet. Alter, ich habe hier einen Berg, ich habe hier einen Berg, der ist komplett aus Kies. Ja, gibt's, ist ein neues Biom. Sag mal Cortis. Vom Haus. Ja. Minus 160 und Minus 200. Alter, ich dachte gerade von mir. Nein. Boah, Alter, ich habe doch jetzt mein... Ich habe doch jetzt meine Sichtweite. Oh, was ist das auf zwei Chunks runtergemacht? Ich habe es doch auf 16. Oh, jetzt muss ich eine Weile laufen. Jetzt glaube ich dir. Nein, jetzt ist Nacht. Scheiße, jetzt sehe ich die Biome nicht mehr weit genug auf dem, glaube ich. So. Alter, ich muss da drüben auf den Berg, der ist höher. Gott, ist der Eingangsbereich hässlich. Ja. Eingangsbereich von was denn? Vom Radhaus. Ich wollte ihn gerade umändern, aber... Lass mich raten, Jonas hat es gebaut. Nein, da war er in der Höhle. Ich habe es gebaut. Ähm, das bauen wir jetzt anders. Und zwar... Alter, ja. Bauen wir den jetzt... Ähm... Ich habe hier überall Fichte, aber keinen verdammten Dschungel. Ach ja, es ist wieder dunkel, gell? Falls es jemand interessiert. Oh, ich bin im Schwarz-Eichen-Dingsbums-Biom. Äh, okay. Oh, hier geht es verdammt weit runter. Glaube ich. Hoffe ich. Oh, oh. Okay, hier sind verdammt viele Viecher. Seid ihr alle? Bei mir geht es verdammt weit runter. Okay. Oh mein Gott, wie weit geht es denn hier bitte runter und auf der anderen Seite wieder runter? Oh, ich sterb gleich. Was für ein Scheiß. Fuck. Warum stimmst du? Weil hier viele Skelette sind. Ja, bei mir waren auch jetzt vier oder fünf Skelette. Der Scheiß-Wald, ey. Der ist voll geil, da kannst du voll durchrennen. Die rennt dir voll nett hinterher. Na ja, irgendwie. Mann. Irgendwie schon, ja. Lol, bei mir packt gerade ein Skelette im Boden. Okay, bin da. Echt? Ja. Ja, guck dir mal den Eingangsbereich an. Warte, ich bin jetzt gerade beim Stall. Oh, jetzt leckt es bei mir ein wenig. Oh, ich grüß dich nicht. Also nicht dein Ernst. Ich kletter hier den Berg rauf, um dann am nächsten auf der anderen Seite wieder runter zu gehen und auf den anderen Berg hoch zu klettern. Ja. Und ich habe 29 Level. Hey. Ich habe 26. Boah, und ich habe gerade mal 12 und keine Bock mehr. Guckst du dir mal an. Hier nach. Ey, nicht mit dem Schwert, habe ich dir gesagt. Es musste sein. Was ist das doch hier? Ja, aber dann noch so. Nee. Nee. Doch. Nee. Hm. Oder geht eigentlich. Geht schon. Oder noch ein Spriter. Jonas. Ja. Warte, noch ein Spriter, dann wird das... Ja, noch ein Spriter, geht es besser. Gibt es da irgendein System, das irgendwie zu ordnen? Nein. Ja doch, Holz. Äh, warte, meine Maus. Mädels, ich bin gleich bei 5000. Alter, was ist mit meiner Maus los? Was ist getrennt? Ich glaube, Eisen oder so ein Ding. Essen und Holz ist getrennt. Bist du euch das nicht im Lager? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich frage Janis. Oh. Der hat extra noch, was weiß ich, sechs Doppelkiste oder so gemacht. Ich glaube, er... Ich bin, da... Vielen Dank.